So, liebe Leute, Blickrichtung, neunte Bundesliga, Spieltag, rückt immer näher. Schalke am Freitag gegen Mainz 05. Schalke, Glück auf, ihr gewinnt gegen Mainz. Leipzig zu Hause im VfB Stuttgart, souverän, letzte Woche in Dortmund gewonnen, zu Hause eine Macht, ihr putzt Stuttgart aus dem Stadion. Gladbach zu Hause in Leerbarkusen, das Rheinderby schlechthin, ein Unentschieden. Frankfurt gegen Dortmund, Frankfurt zu schwach, Dortmund zu stark, Dortmund gewinnt. Augsburg zu Hause gegen Hannover, Augsburg ist unberechenbar zu Hause und deshalb gewinnt sie gegen Hannover 96. So, meine Lieblingsmannschaft, Hamburg gegen Bayern, ich sag nur was für Bayern, Bayern gewinnt. Köln zu Hause gegen Bremen, ja, da spielt schlecht gegen Gräuten schlecht und unentschieden. Freiburg gegen die Hertha aus Berlin, Streich und Freiburg gewinnen zu Hause gegen Hertha. Wolfsburg zu Hause gegen Hoffenheim, Gladbach, ich bin ein Fan von dir, deshalb gewinnst du in Wolfsburg. So, Leute, und zum Abschluss, mein Tipp kannst du jetzt ganz einfach auf xtippfun.de nachtippen. Ein kleiner Hinweis noch dazu, hast du jetzt den Gutscheincode FUN noch nicht genutzt, dann hast du jetzt noch die Chance, dir damit 5 Euro gratis zu sichern. Und wenn du gewinnen willst, gegen mich, dann versuch dein Glück mit ein bisschen Präsenz von Kasala.